Der Flügelaltar Der Flügelaltar vom Ende des 15. Jahrhunderts aus der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. Geschaffen zur privaten Andacht vom sogenannten Meister der Ursula-Legende und den Mitarbeitern seiner Malerwerkstatt. An Werktagen, wenn der Schrein geschlossen blieb, erkannte der Gläubiger auf den Altaraußenseiten die Szene der Verkündigung. Der Erzengel Gabriel überbringt die frohe Botschaft an die jungfräuliche Maria. Nur an Festtagen wurden die Flügel aufgeklappt. Maria, nun in ihrer Rolle als Mutter Gottes, sitzt auf einem prächtigen, mit Edelsteinen besetzten Thron in einem häuslich wirkenden Innenraum. Rechts und links begleiten sie die Heiligen Katharina und Magdalena. Faszination ergreift denjenigen, der sich in die Malerei vertieft. Die Schönheit der Figuren, ihre Wirklichkeitsnähe, die Leuchtkraft der farbigen Gewänder, die vielen feingeschilderten Details. Aufmerksam beschrieb der Maler jeden einzelnen Gegenstand. Heute spricht man vom niederländischen Realismus, betrachtet man Gemälde wie dieses Marientriptychon. Die Fähigkeit, das Spiel des Lichtes auf unterschiedlichen Oberflächen zu erfassen und kleinste Details minutiös wiederzugeben, brachte eine neue, wirklichkeitsgetreue und faszinierende Malerei hervor. Jan van Eyck war ihr größter Vertreter. Und viele, auch der Meister der Ursula-Legende, strebten ihm nach. Doch wie ging ein Maler des 15. Jahrhunderts vor? Welche Materialien wurden verwendet? Welche Regeln im schichtenweisen Aufbau der Farben beachtet? Was ist das Geheimnis dieser Malerei? Stilkritische und kunsttechnologische Untersuchungen mit wissenschaftlichen Methoden, können helfen, einige dieser Fragen zu beantworten. Um den Malprozess künstlerisch und handwerklich nachvollziehen zu können, wurde in Dresden der Versuch unternommen, das Marientriptychon des Meisters der Ursula-Legende Schritt für Schritt noch einmal entstehen zu lassen. Im 15. Jahrhundert überwachten die Zünfte streng die Auswahl und Herstellung der Bildträger. Voraussetzung für eine hohe Qualität und Haltbarkeit der Gemälde war die sorgfältige Bearbeitung der Bildtafeln durch die Schreiner bzw. Tafelmacher. Grobe Eichenhölzer, meist auf Handelswegen der Hanse aus dem Baltikum in die Niederlande gekommen, wurden zurechtgeschnitten, verleimt und mit Holzdübeln verbunden. Die schmalen Seitenflügel fertigte man aus je einer Holztafel. Die Bildfläche wurde herausgestemmt, das Rahmenprofil geschnitzt. Nun mussten die gerahmten Holztafeln grundiert werden. Die Grundiermasse in unserer Rekonstruktion besteht aus weißem Kreidepulver, das mit in Wasser gelöstem tierischen Leim angerührt wird. Mehrere Schichten, mit dem Pinsel zunächst stupfend, dann streichend, müssen aufgetragen. Unebenheiten und Bearbeitungsspuren des Holzes ausgeglichen werden. Nach dem Trocknen wird der raue Kreidegrund sorgfältig geglättet. Als Schleifmittel kamen im 15. Jahrhundert Bimsstein, Schachtelhalm oder Leinenläppchen zum Einsatz. Die Grundierung verhinderte einerseits das Eindringen der Malfarbe in den Bildträger, hatte aber auch eine optische Funktion. Der weiße Grund wirkte für die darüberliegende Malerei als Lichtreflektor, der die Leuchtkraft der Farbe erhöhte. Zur Vorbereitung der Bildtafel gehörte auch die handwerklich komplizierte Vergoldung des Rahmens. Die rote Polimentmasse aus feingeschlemmter Tonerde und Leim oder Eiklar wurde sorgfältig und in mehreren Schichten auf den grundierten Rahmen aufgetragen. Nun schneidet man die fein ausgeschlagenen, hauchdünnen Goldblättchen auf dem Vergolderkissen zu. Mit dem als Anschießer bezeichneten flachen Pinsel aufgenommen, wird die Goldfolie auf den Rahmen gelegt. Das zuvor mit einem Wasser-Alkohol-Gemisch benetzte Poliment hält die dünnen Metallblättchen fest. Beim abschließenden Polieren des Goldes mit einem geschliffenen Achat dient es als elastische Unterlage. Häufig griffen die Maler auf Vorzeichnungen, Studien oder Musterblätter für das Gemälde zurück. Wie aber wurden diese Vorlagen vom Papier auf die Bildtafel übertragen? Das Durchgriffeln war eine weitverbreitete, einfache Methode. Dafür wird hier die Rückseite der Vorzeichnung mit einem Pigment eingepudert und dann auf die Malfläche aufgelegt. Mit dem Griffel werden nun die Konturen durchgedrückt. Bei unseren infrarotreflektografischen Untersuchungen konnten wir erkennen, dass die mit dem Durchgriffeln übertragenen Hilfslinien dem Meister der Ursula-Legende wohl nur als Orientierung dienten. In unserem Versuch werden die durchgepausten Konturen auf der Tafel mithilfe eines Silberstiftes nachgezeichnet, die Binnenzeichnung dann aber frei ausformuliert. Die feine Linie des Silberstiftes bietet sich zur Ausarbeitung von Details besonders gut an. Durch die plastische Licht- und Schattengestaltung wird eine räumliche Klärung des Bildraumes schon in der Unterzeichnung erreicht. Mit Hilfe der Infrarotreflektografie, ein Untersuchungsverfahren, das Unterzeichnungen sichtbar macht, können an der Figur des Mönches wichtige Beobachtungen gemacht werden. Die Unterzeichnung unterscheidet sich in der Wahl des Zeichenmaterials wie auch in der Zeichentechnik von der der anderen Figuren. Deutlich wird das Bemühen des Malers um Ähnlichkeit. Anders als bei den übrigen Figuren ist mit einem weichzeichnenden, korrekturen erlaubenden Material wie Kohle oder Kreide gearbeitet worden. Am unsicheren Linienverlauf ist das Suchen nach der richtigen Form, dem treffenden Konterfei spürbar. Die Umrisslinien der Heiligen und des Engels sind dagegen gleichmäßig und ohne Korrekturen ausgeführt. Eine solche mechanische Erscheinung der Linien weist auf eine Vorlagenübertragung, beispielsweise eine Durchgriffelung hin. Das Porträt des Mönches, sehr wahrscheinlich der Auftraggeber, entstand auf der schon vorbereiteten Bildtafel und nach der Natur. Nach dem Vorzeichnen der Komposition folgte das Aufbringen einer isolierenden Schicht aus Malöl oder Leim. Diese sogenannte Imprimitur reguliert die Saugfähigkeit des porösen Malgrundes, hat aber auch eine künstlerische Funktion. Mit einem warmen Ockerpigment getönt, ist diese Schicht für die Gesamtfarbigkeit des Bildes mitbestimmend. Man kann sie an manchen Stellen im fertigen Bild durchscheinen sehen. Mit einem Pinsel, Tuch oder den Fingern könnten aus der noch feuchten Imprimitur Helligkeiten herausgewischt worden sein. Diese erste Modellierung von Lichtern und Schatten trägt auch zur späteren Plastizität bei. Bevor die Gestaltung der einzelnen Farbflächen begann, mussten die Farben mühsam und nach alten und oft geheim gehaltenen Rezepturen in der Malerwerkstatt hergestellt werden. Die benötigten Mineralien, Lapislazuli, Azurit, Malachit, Zinaberit, waren kostbar und teilweise nur mit Gold aufzuwiegen. Sie müssen zu feinem Pulver zerstoßen und dann weiter aufbereitet werden. Die gewonnenen Farbpigmente reibt man mit Lein, Mohn oder Walnussöl an, das als Bindemittel fungiert. Ein steinerner Läufer wird mit beiden Händen auf dem Reibstein geführt und auf diese Weise das Pigment mit dem Bindemittel zu einer Malfarbe aufbereitet. Im 15. Jahrhundert war die Kenntnis der genauen Zusammensetzung der Ölfarben von großer Bedeutung für die Leuchtkraft der Tafelbilder. Jede Farbe erforderte aber auch eine eigene Malweise. Einige Farben mussten in mehreren Schichten übereinander gemalt werden, bei anderen reichte schon eine einzige farbige Lasur, die auf eine Untermalung aus verschiedenen Weiß- und Grautönen gelegt wurde. Die Grisei-Technik war die Perfektion der Grau-in-Grau-Malerei. Die monochromen Darstellungen schmückten häufig die Außenflügel, also die Alltagsseite eines Altares. Der Kontrast zu der farbenreichen Festtagsseite im Inneren wurde jedem sofort deutlich. Die Maler nahmen sich Alabaster- oder Marmorfiguren zum Vorbild. Den steinernen Skulpturen gleich sind auch die gemalten Figuren auf einen Sockel gesetzt worden. Beginnend bei den hellsten Partien wird von der Unterzeichnung ausgehend mit wenigen Grautönen gemalt. Der Farbauftrag, anfangs noch recht grob, verfeinert sich immer mehr. Die Grautöne werden ineinander gemalt, bis zuletzt die Figur in ihrer kühlen, glatten Oberflächenwirkung herausgearbeitet ist und vereinzelte Lichter gesetzt werden. Um den Umhang der Magdalena in einem tiefen Rot leuchten zu lassen, legt der Maler zunächst eine helle, modellierende Untermalung auf die Imprimitur. Stellen, die später dunkler erscheinen sollen, wie die verschatteten Falten, spart er aus oder bedeckt er nur dünn mit Weiß. Zum Schluss wird die rote Farbe als Lasur aufgetragen. Musik Sucht man nach einer physikalischen Erklärung für die ungewöhnliche Leuchtkraft der Farbe, so ist sie in der Maltechnik zu finden. Die Lichtstrahlen dringen durch die transparenten Lasuren hindurch, werden von der hellen Untermalung zurückgeworfen und erleuchten nun die reinen, starken Farben der Bildoberfläche von unten her. Es entsteht das geheimnisvolle Tiefenlicht. Die Farbe leuchtet edelsteinartig von innen heraus. Bei der blauen Farbe für Marias Mantel wird anders verfahren. Der Maler muss von den Lichtern zu den Schatten arbeiten. Er beginnt mit einem hellen Blauton das Gewand zu modellieren. Der Anteil von Bleiweiß in der blauen Malfarbe nimmt dann in den nach oben folgenden Schichten ab. Nun wird die Lasur im reinen, unvermischten Farbton aufgetragen. Durch das Übereinanderlegen von lasierenden Farbschichten kommt es zu den tiefblauen Tönen in den verschatteten Gewandfalten. Für die Darstellung des kostbaren Brokatstoffes am Thron bedarf es mehrerer Arbeitsschritte. Komplizierte Muster übertrug man in einer Malerwerkstatt mithilfe einer Lochpause. Der Vorlagenkarton ist entlang der Ornamentlinien durch Nadelstiche perforiert. Passgenau wird er auf den Thronrücken gelegt. Mit einem mit Kohle oder Farbpulver gefüllten Stoffbeutelchen betupft der Maler nun die Löcher. Die so entstandenen Pauspunkte werden mit dem Pinsel verbunden, das Ornament ausgemalt. Der Meister der Ursula-Legende imitierte sogar die Knickfalten auf dem kostbaren Tuch, indem er mit feinsten Pinselstrichen, Schattierungen und Pünktchen die unterschiedlichen Helligkeits- und Farbwerte hervorhebt. Das modische Brokatgewand der heiligen Katharina von Alexandrien auf dem rechten Flügel ist aufwendig gestaltet. Brokatstoffe zu tragen war seit Karl dem Großen ein Privileg hoher Würdenträger des Staates und der Kirche. Im Spätmittelalter jedoch produzierte die italienische und spanische Seidenindustrie Brokatstoffe in so großen Mengen, dass sie auch dem Adel- und Großbürgertum zugänglich wurden. Im zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts war das komplizierte Granatapfelmuster für Stoffe dieser Art sehr beliebt. Im Kleid der heiligen Katharina erkennt man die von Kleeblättern umrangten Granatäpfel. Das Gewand ist zunächst plastisch in Dunkelocker und Braun angelegt. Den Formenverlauf ignorierend werden nun die Ornamente flächig und mithilfe der Schablone aufgesetzt. Die aus einem Karton gefertigte Schablone muss dicht auf der Oberfläche anliegen. Die dickflüssige Farbe wird mit mehreren Aufstrichen bis zur gewünschten Schichtdicke aufgetragen. Daher erscheint die Ornamentierung auch etwas erhaben. Ein Umstand, der für die Darstellung von schweren Brokatstoffen durchaus erwünscht war. Die freien Räume zwischen Ornamentlinien und Gewand gestaltete der Maler mit feinen, gelben Strichelungen. Das verstärkte die Illusion eines mit Goldfäden durchwirkten Stoffes. Die fast real wirkenden Edelsteine an Marias Thron verdeutlichen noch einmal die Perfektion, die im Umgang mit der Farbe im 15. Jahrhundert erreicht wurde. Durch genaues Naturstudium erkannten die Maler die plastische Wirkung von Licht und Schatten. Mit reiner, heller Farbe sind die Licht- und Reflexpunkte den Perlen, Rubinen und Zaphiren aufgesetzt. Dieser unglaubliche Detailrealismus und das geheimnisvolle Leuchten der Farben aus der Tiefe heraus macht die niederländische Malerei des 15. Jahrhunderts zu einem unvergesslichen Erlebnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Bildnis eines älteren Mannes von Jan van Eyck ist die einzige, heute noch erhaltene Zeichnung des Künstlers. Sie zählt zu den größten Leistungen in der Zeichenkunst. Seit über 250 Jahren wird sie im Dresdner Kupferstichkabinett aufbewahrt. Jan van Eyck, der bedeutendste niederländische Meister des 15. Jahrhunderts, hatte schon zu Lebzeiten großen Ruhm erlangt. Der selbstbewusste Hofmaler des burgundischen Herzogs war für seine geniale, realistische Malerei, seine genaue Beobachtungsgabe und seine Liebe zum Detail bekannt. Das Dresdner Blatt diente ihm höchstwahrscheinlich als Vorzeichnung für das in Wien aufbewahrte Gemälde mit dem Bildnis eines älteren Mannes, des sogenannten Kardinals Albergati. Als Zeichenmittel verwendete der Künstler einen Silberstift. Obwohl Metallstifte schon seit der Antike zum Schreiben auf Pagament benutzt wurden, erlangte der Silberstift erst zu Lebzeiten Jan van Eycks größere Bedeutung für die Zeichnung. Auch wenn sich nur wenige originale Exemplare erhalten haben, ist das Aussehen dieses besonderen Stiftes überliefert. Eine Reihe von Gemälden zeigt den heiligen Lukas, den Schutzpatron der Maler, beim Zeichnen mit einem Silberstift. Neben dem Silberstift und dem Bleigriffe verwendeten die Künstler auch andere Metalle wie Gold und Kupfer zum Zeichnen. Die Stifte wurden selten vollständig aus dem kostbaren Silber hergestellt, vielmehr lötete man auf preiswerte Metalle wie Eisen oder Kupfer eine Silberspitze auf. Silberstiftzeichnungen besaßen schon damals einen hohen Wert. Vor allem die Herstellung und Vorbereitung des Papiers war ein aufwendiger Prozess, der mit großer Sorgfalt und handwerklichem Geschick ausgeführt werden musste. Ein Silberstift hinterlässt auf dem unbehandelten, weichen Papier keine Linie. Daher muss das Papier sorgsam grundiert werden. Nur auf einer harten Oberfläche ist ein Abrieb des Metalls und somit das Wiedergeben einer Linie möglich. In unserem Versuch folgten wir Cennino Cenninis Anweisungen zur Herstellung der Grundierung. Der italienische Maler, dessen Traktate über die Mal- und Zeichentechniken auch für die niederländische Kunst repräsentativ sind, notierte um 1390 Nimm den Knochen von den Rippen und den Flügeln der Henne oder des Kapauns. Je älter, desto besser. Wie du sie unterm Tisch findest, lege sie ins Feuer und sobald du siehst, dass sie recht weiß geworden, mehr noch als Asche, so nimm sie heraus und male sie fein mit dem Porphyrstein und mache davon Gebrauch. Der Masse aus Knochenasche und Leimwasser können Pigmente, wir verwendeten Indigo, beigemischt werden. So erhält man farbige Grundierungen. Flächig und in mehreren Schichten wird nun die Grundierung auf das Papier gestrichen. Kleine Unebenheiten oder Körnchen in der Oberfläche der Grundierung und des Papieres werden mit einem scharfen Messer, das leicht darüber gezogen wird, entfernt. Danach erfolgt das sorgfältige Polieren mit einem Eberzahn oder Achatstein. Dazu legt man ein weiteres Papier auf und reibt so lange darüber, bis die Oberfläche vollkommen glatt ist. Nun kann gezeichnet werden. Der kühle Grauton der gezeichneten Linien verwandelt sich mit der Zeit durch die Oxidation des Silbers in ein warmes Braun. Im Gegensatz zu weichen Zeichenmaterialien wie Kreiden oder Kohle besitzt der Silberstiftstrich einen gleichbleibenden Tonwert und eine unveränderte Strichstärke, selbst bei starkem Aufdrücken. Dunkelheiten, starke Linien oder Modellierungen sind nur durch Schraffuren oder Strichbündelungen erreichbar. Cennini gab dem Unerfahrenen folgenden Rat. Beginne nach dem Vorbilde, leichte Sachen zu entwerfen, um die Hand zu üben. Fahre mit deinem Stift so leicht über das Täfelchen, dass du anfangs kaum siehst, was du gezeichnet hast. Deine Striche nehmen zu, indem mehrmaliges Hin- und Wiederziehen den Schatten hervorbringt. Silberstiftzeichnungen erfordern eine geübte Hand und jeder Strich muss wohl überlegt sein, da eine Korrektur nur durch das Herauskratzen der Grundierung möglich ist. Jan van Eyck beherrschte nicht nur diese Zeichentechnik meisterhaft, sondern vermochte es, die ganz individuellen Züge dieses älteren Mannes einzufangen. Jan van Eyck's Silberstiftzeichnung stellt den Höhepunkt in der Zeichenkunst des 15. Jahrhunderts dar. Jan van Eyck's Silberstift Jan van Eyck's Silberstift